Wir sind die Firma Fiegl & Spielberger, sind eines der größten Elektrotechnikunternehmen Österreichs, haben 600 Mitarbeiter, bilden viele Lehrlinge aus und suchen im Bereich Elektrotechnik motivierte, engagierte Mitarbeiter. Unsere Kunden sind sehr weit gefächert. Es gibt, glaube ich, bei unseren Unternehmen sehr wenig, was wir bisher noch nicht gebaut haben. Die verschiedenen Arbeiten, zum Beispiel im Hubschrauberlandeplatz oder Intensivstationen, das ist ein sehr interessanter Baustell, weil die Technik dahinter sehr komplex ist. Durch das, dass wir alle eine gute Ausbildung genießen und da unterstützt werden, dürfen wir unseren Tagesabdruck selber gestalten. Man fängt als Lehrling an, arbeitet sich mit der Zeit von Monteur hin. Dadurch wird man viel durch die Firma begleitet, durch den Schulungsraum und so weiter. Mir ist damals immer geraten worden, bleib nicht bei deinem Lehrbetrieb. Ich habe das Gott sei Dank gemacht, bin geblieben und habe meinen Weg gefunden. Wenn dich Elektrotechnik interessiert, wenn du genau wie wir elektrisch denkst, dann bewirb dich bei uns, komm zu uns ins Team und sei gemeinsam mit uns erfolgreich. Ich habe das Gott sei Dank gemacht, bin ich bereit. Ich habe das Gott sei Dank gemacht, bin ich bereit.